Es ist diese Woche, was passiert, was mich überrascht hat. Und du wirst es mitbekommen haben, einer unserer Lieblingskollegen, Markus Lanz, hat ja zusammen mit David Precht ein Imitat unseres Podcasts, was wesentlich erfolgloser ist. Und da hat Markus Lanz, den ich, sagen wir mal, das ist immer, wenn man jemanden nicht mag, sagt man, man schätzt ihn sehr. Aber ich kenne ihn zu wenig, um irgendwas zu sagen, weder, dass ich ihn schätze, noch, dass ich ihn nicht mag, also zu dem ich eine fast neutrale Position habe, so würde ich sagen, hat zum ersten Mal in diesem Podcast Namen genannt. Also auch das, was man uns vorgeworfen hat, nicht Namen zu nennen, wenn es um Themen geht und so ein bisschen feige zu sein, das hat er jetzt widerlegt, indem er sich in der Causa Böhmermann geäußert hat. Und zwar in diesem Böhmermann-Gate, der ja gerade so ein bisschen durchs Netz geht, aber auch durch die Medien und der Entlassung des, was war er nochmal genau, Chef des BM... Herr Schönbohm, ne? Ja. Warte, ja, genau. Schönbohm war Chef des BMI, ne? Bundesministerium für, keine Ahnung, oder SBMS, Bundesministerium oder... BSI. BSI, BSI. Oh, hier wird noch gegoogelt während des BSI, BSI, genau. Richtig, danke, gut, dass es Bent Ehrig gibt, so schnell kann ich hier gar nicht in die Tasten hacken und schon hat das der Kollege rausgefunden. Danke, Schatz. Und wir haben ja darüber gesprochen, auch schon in der Woche davor, aber was mir eben dabei aufgefallen ist, neben natürlich, das ist jetzt der politische Anteil an dem, was wir gleich besprechen werden, neben der Ungeheuerlichkeit, die dieser ganze Skandal aufgedeckt hat, ist, dass Richard David Precht und Markus Lanz sich da ziemlich deutlich geäußert haben. Und zwar nicht nur über Jan Böhmermann, sondern auch über andere Comedians, über Comedy in Deutschland. Und, was mich sehr gefreut hat, Sie haben offenbart, dass Sie andere Kollegen hören. Deswegen können wir hier noch bewusster sprechen, weil wir wissen, irgendwie kommen unsere Botschaften bei den richtigen Leuten an, oder? Absolut. So, was sagst du denn zu dem, was Markus Lanz da sagt, beziehungsweise auch, was Richard David Precht sagt? Sind ja doch zwei Positionen, die Sie ein bisschen unterscheiden. Ja, das habe ich ja hier letzte Woche schon gesagt. Also ich finde, dass es mittlerweile eine Form von Pseudo-Journalismus gibt, der im Zweifelsfall sich dann wieder zurückentwickelt zur Satire, der nicht mehr statthaft ist, also der auch unseriös ist. Und in diesem Bericht ist das ja auch jetzt klar geworden, der schlecht recherchiert ist und der ganz viele Fragen aufwirft. Du weißt das ja, Nancy Faeser steht jetzt wirklich gerade in der Schusslinie und verhält sich meiner Meinung nach taktisch sehr unklug, weil sie irgendwelche Ausschüsse boykottiert oder nicht hingeht. Aber das, was da passiert ist hinter den Kulissen, das ist ja wirklich ungeheuer. Also, dass die Bundesinnenministerin zusammen mit dem Verfassungsschutz auf Anregung einer Fernsehsendung veranlasst, dass jemand entlassen wird, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt oder Dinge gibt, die schon längst bekannt sind und nichts Neues hinzukommt. Und das ist nicht nur Anlass meiner Meinung nach, Nancy Faeser richtig in die Mangel zu nehmen, sondern es muss auch Anlass sein für das ZDF zu hinterfragen, ob sie so eine Sendung noch tragen können, denn das ist hochgradig unseriös. Ja, das ist es und das zeigt natürlich auch, wo die Grenzen sind der Satire, die sich als Journalismus versteht, nämlich dass es dann doch nicht das einfache Geschäft ist oder man es nicht so einfach betreiben kann, wie man glaubt, sondern das guter, hintergründiger Journalismus, präzise recherchierter Journalismus, einer ist, den dann doch ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich die Profis machen müssen. Und man kann natürlich als Satiriker recht weit gehen, man kann auch viel rausfinden, man kann auch tatsächlich in den Bereich der Primärproduktion kommen. Damit meine ich also, dass man nicht nur das thematisiert, was sowieso schon in der Zeitung stand, sondern eigene Recherchen präsentiert. Ich glaube, das geht. Aber ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass es jede Woche sein muss, dass da jede Woche eine halbe Stunde rausgehauen werden muss. Auf Teufel komm raus. Und dann passieren natürlich Fehler, egal wie professionell der Versuch ist, Satire zum Journalismus umzuformatieren oder mindestens umzubenennen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, was Markus Lanz sagt, und das finde ich sehr interessant, ist ja, dass es im Grunde genommen eine Art von moralischer Selbstüberhöhung gibt. Was er vor allem festmacht an dem Gespräch mit Giovanni Lorenzo bei der Zeit, wo er auf seinen Kollegen traf. Und das ist wirklich ein Dokument, diese Diskussion, wo im Grunde genommen der Kollege vom ZDF, Markus Lanz vorwirft, er betreibe Fake News, weil er Hendrik Streeck in die Sendung einlädt. False Balance. Und das dürfe man nicht machen. Und wo ich dann dachte, naja, also wenn jetzt schon Hendrik Streeck False Balance ist, also jemand, der einfach eine als fundierter Wissenschaftler andere Position hat, als die, die damals gängig waren. Dann müssen wir wirklich fragen, ob wir uns in dieser Gesellschaft noch unterhalten wollen oder ob wir das Gespräch nicht einfach gleich ganz einstellen. Also das ist ja nun nicht irgendein dahergelaufener Voodoo-Zauberer, der in den Rang des Arztes erhoben wird, sondern ein Forscher, der in diesem Bereich mitgesprochen hat. So, und diese Diskussion war schon sehr abseitig, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, es passiert etwas ganz Unschönes. Es passiert nämlich so eine Art Radikalisierung eines sich selbst als links begreifenden Diskurses. Nämlich wir wissen, wer sprechen darf, wir wissen auch, wer Recht hat und wir wissen auch, wer teilnehmen darf und wer teilhaben soll, wer gesehen werden soll und wer nicht. Und die, die nicht die Bibel-Exegese betreiben oder selbst die Bibel schreiben, was zu Corona eben nicht zu Unrecht Christian Drosten war, wer das nicht tut, der hat in Talkshows nicht stattzufinden. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemliche Katastrophe für die Debattenkultur. Dann hat man leider das Prinzip Talkshow, dann hat man leider das Prinzip Fernsehen und Journalismus in einer Talkshow nicht verstanden. Natürlich sitzen in einer Sendung wie der von Markus Lanz auch Leute, die man nicht schätzt, deren Positionen man nicht hören will. Man kann sich immer fragen, wo die Grenze gezogen wird, wen lädt man ein, wen nicht. Und da hat in meinen Augen Markus Lanz die Grenze dessen, was man präsentieren kann, noch gar nicht ausgeschöpft. Und das ist für mich eine Form der moralischen Selbstüberhöhung, die ich wirklich gefährlich finde, weil sie am Ende genauso demokratiefeindlich ist, was das, was dasselbe Lager den Rechten immer vorwirft. Ja, da gebe ich dir recht und ich würde mal versuchen, so sachlich wie möglich an das Thema heranzugehen. Ich finde das schwierig, deswegen war der Vorwurf, dass wir Namen nicht nennen, vielleicht sogar auch berechtigt, weil es immer was von Kollegen schälter hat. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich ein öffentlicher Skandal und den würde ich gerne auch entsprechend öffentlich besprechen, ohne dabei persönlich zu werden. Mal ganz am Anfang, ich kenne Jan und jetzt kommt wieder das, ich schätze ihn oder ich mag ihn. Nee, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Also ich habe ihn kennengelernt und wir haben eine gemeinsame Zeit. Wir haben auch gemeinsam Dinge gemacht und für mich war das immer ein netter Kollege. Und weder jetzt ein Freund, mit dem ich abhänge, sondern wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns gefreut und wir hatten eine ganz gute Zeit miteinander. Und Jan war, so wie ich ihn damals kennengelernt habe, jemand, der sehr engagiert war und der sehr ambitioniert war und dessen Ziel auch immer war, irgendwie stattzufinden. Und zwar groß, so groß wie möglich stattzufinden. Und dieser Zustand, der am Anfang ja wie so ein Keim war, der gesät wurde, der begann auf ZDF Neo und da waren andere Leute mit im Umfeld. Klaas Häufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, der aber nicht so in die politische Richtung ging, wie Jan das getan hat. Und es war wie so eine kleine Clique von jungen Leuten, die Fernsehen gemacht haben, das ungewöhnlich war. Und ich finde, der Moment, in dem sich Jan aus meiner Sicht verändert und radikalisiert hat, ist die Erfahrung, die er gemacht hat mit dem Erdogan-Gedicht. Wo er zum ersten Mal weltweit in den Medien war, wo es einen immensen Druck auch auf ihn gab und wo ich gespürt habe, dass irgendwas mit diesem Menschen passiert ist. Und seitdem hat er eine Wandlung durchgemacht, die ich nicht mehr nachvollziehen kann und die mir zum Teil auch ein bisschen Sorge macht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, neben dem Kick, dem ihm das gibt, in der Öffentlichkeit so stattzufinden, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist damit auch unglaublich viel Angst verbunden und sehr viel Leid. Ich glaube, dass Jan jemand ist, der im Stillen auch sehr leidet. Und dieses neue Korsett, das er hat in seiner Sendung im Hauptprogramm im ZDF, das ist nicht unbedingt gut für ihn. So ist meine Einschätzung, wenn ich das als Außenstehender sagen darf. Weil er damit sich selbst auch überhöht, missversteht und den Effekt seiner Arbeit nicht mehr richtig einsetzt, sondern missbraucht. Und die Regulative, die es noch gab, seine Firma, die BTF, die Bild- und Tonfabrik, Philipp Käsbohrer, ein sehr intelligenter Mann, die haben einen Einfluss auf ihn verloren. Und er macht da jetzt so eine Art Durchmarsch, so eine Mischung eben aus Journalismus, aus Kabarett, aus Satire und persönlicher Animosität gegenüber ganz bestimmten Personen, die in der Öffentlichkeit gar nicht so besprochen werden müssten. Man fragt sich das auch oft, warum kommt jetzt dieses Thema auf einmal auf? Und damit hat er lange Zeit so viel Schindluder getrieben, dass er damit ganz viele Leute gegen sich aufgebracht hat. Und zwar auch mächtige Leute. Und das ist jetzt nicht nur die rechte Fraktion in Person von Julian Reichelt, den ich mittlerweile übrigens ganz klar als Rechten identifizieren würde. Sondern das sind auch Leute wie Jan Fleischhauer oder wer auch immer. Oder wir, die sich öffentlich kritisch zu Jan Böhmermann äußern. Und ich finde, irgendwann muss der Punkt kommen, und Lanz war jetzt für mich ein Wendepunkt, weil Lanz eigentlich jemand ist, der sowas nie in der Öffentlichkeit macht, wo man dem auch Einhalt gebieten muss. Wo man auch als öffentlich-rechtlicher Sender sagen muss, das ist zu viel des Guten. Das können wir uns so nicht erlauben, weil wir werden mit Gebühren, von Gebühren finanziert. Wir haben einen gewissen Auftrag. Und wenn wir so tendenziös sind, wie Jan Böhmermann das mittlerweile in seiner Sendung ist, dann vernachlässigen wir oder ignorieren wir unseren Auftrag. Und dann ist es Zeit, auch Konsequenzen zu ziehen. Und das ist so erstmal der Oberbegriff, unter dem ich das Ganze beschreiben würde. Hinzu kommt natürlich eine allgemeine Entwicklung. Und das hat Richard David Precht, der aus meiner Sicht ein sehr kluger Mann ist und das immer wieder sehr gut auf den Punkt bringt, sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, das Kabarett hat sich verändert. Während das Kabarett früher zu Zeiten Dieter Hildebrandts, Volker Pispas oder wer auch immer, immer gegen die Mächtigen agiert hat und eine Opposition gegen die Mächtigen eingenommen hat, agieren heutige Kabarettisten oft im Sinne der Mächtigen und vertreten Positionen der Regierung und greifen Menschen an, die das kritisch hinterfragen. Und da gibt es eine bestimmte Clique von Leuten. Das sind Leute, die vormals sehr anarchisch herkamen und jetzt aber sehr angepasst wirken. Kurt Krömer zum Beispiel ist auch so jemand, die diese neue Political Correctness vehement vertreten und auch aggressiv vertreten und ihre Klientel dafür einsetzen, Menschen auch einzuschüchtern und ihnen zu schaden. Dadurch, dass sie eben Kampagnen initiieren oder Behauptungen aufstellen oder wie in diesem Fall von Jan Böhmermann schlicht und einfach schlecht recherchieren und lügen. Und wie gesagt, die Konsequenz daraus muss sein, dass nicht nur eben der Auftraggeber dieser Person sich kritisch hinterfragt und diesen Auftrag vielleicht auch in Frage stellt, sondern es muss auch eine Diskussion darüber möglich sein, ohne dass man, wie gesagt, dabei persönlich wird. Denn persönlich, was wissen wir von diesen Leuten schon? Wissen wir, ob sie das, was sie da machen, wirklich einschätzen können? Oder sind das irgendwelche kleinen Selbstzünderbomben, die sie in die Menge werfen, um zu gucken, was passiert? Das wissen wir ja nicht. Aber wie gesagt, wir müssen darüber reden und deswegen wollte ich dieses Thema auch heute nochmal aufgreifen.